Fußball-Profi Harry Kane hat es bereits verraten. Jetzt bestätigt der Kensington Palace die neuesten Gerüchte um Prinz Williams bevorstehende Reise. Trotz der Krebserkrankung seiner Frau kann Thronfolger Prinz William seinen Verpflichtungen immer noch nach. Nicht nur Prinzessin Kate, sondern auch seinem Schwiegervater König Charles steht er bei Staatsbesuchen und Wohltätigkeitsveranstaltungen zur Seite. Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über eine wichtige Reise, die William antreten soll. Nun äußert sich der Palast dazu. Das ist der Anlass, Europa darf sich auf royalen Besuch freuen. Der Thronfolger packt seine Koffer und kommt am 20. Juni nach Deutschland. Das bestätigt der Kensington Palace am Mittwoch, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. William, der begeisterter Fußballfan ist, reist im Rahmen des EM-Spiels England gegen Dänemark nach Frankfurt. Der 41-Jährige wird die Engländer vor Ort anfeuern und hofft natürlich wie die Spieler auf einen Sieg. Die wussten offenbar schon länger, dass sie während der EM königliche Unterstützung bekommen. Denn Mannschaftskapitän Harry Kane plauderte bereits vor wenigen Tagen aus dem Nähkästchen und verriet nach einem Besuch des Prinzen, dass dieser auch nach Deutschland kommen wird. Seitdem spekulierten die Fans. Jetzt herrscht Klarheit. Wie lange der Royal in der Deutschen Bundesrepublik bleiben wird, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob ihn seine Familie begleitet. Das Medienblatt geht jedoch nicht davon aus, dass er mit seinen drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis anreisen wird. Auch seine Frau Kate wird wohl nicht mitkommen.